Nach einer schier endlosen Pause geht es endlich weiter hier bei Xenoblade Chronicles Hi Leute, willkommen zurück! Ich habe ein kleines Problemchen, bei mir ist der letzte Aufnahme schon etwa drei, vier, fast fünf Wochen her und ich habe keine Ahnung mehr, was eigentlich gerade abging. Ähm, wir waren schon wieder genauer, wir hatten da was mit dem Jadengesicht, haben gekämpft und haben hier so eine Zwistsequenz gesehen mit der Schwester von, ich weiss gerade den Namen nicht mehr, verdammt. Ja, ihr seht, es ist schon eine Weile her Ähm, Moment mal, ich habe doch da oben gegen die Jadengesicht gekämpft Dann ist die Schwester nicht mehr aufgetaucht, Moment mal, die haben das sogar im Team noch, oder? Äh! Falscher Knopf! Meintens Kind hey! So, der Minus war es, Kumpelglieder und äh, Gäste, genau da ist sie dabei, kann ich gerade nochmal auswählen, die geht nicht, schade. Okay, als Gasse also dabei, äh, und dann, äh, ja, da kam wir, würde man sagen, geht es da weiter, oder? Begegnet es da, okay, dann kann ich mich gleich mal ein bisschen wieder aufwärmen, wahr, kann sicher, äh, nicht schaden. Hm, ist mir da noch schönes. Ach ja, Leute, ach ja, ach ja, der letzte Part, äh, war vermutlich jetzt gerade 2-3 Tage her, weil ich da noch ein bisschen was aufgenommen hatte, vorab noch. Kontrollraum, yeah! Neuer Reisepunkt, schön, dass er vielleicht herrscht, stimmt auch. Aber ja, für mich ist es halt schon ein paar Wochen aus der letzten Aufnahme und, ja, jetzt muss ich erstmal gucken, ob es schon noch ging. Also, Kampfsysteme natürlich schon noch hinteraus, kein Problem. Nicht gerade so, ähm, schwierig, nicht wahr? Aber halt, die Storys, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine kleine Lücke, vor allem, wo geht es über Pin. So, vielleicht ist es schon beide. Müsste klappen. Naja, nicht wirklich. Treuer Lancelot, bitte, was? Ist klar, das haben wir ja noch gerettet in der Tafelrunde hier, oder was? Der Tafelrunde vor allem. So, komm schon, Ohmacht. Bam! Ja, Leute, ich kann es wieder. Uh, jetzt haben wir die Vergangenheit, ich kann es wieder, sehr schön. Ich könnte es nur nicht wissen, was man machen muss. Hm, 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 treuer Lancelot. Stell dir gleich was aus, wa? Äh, Impulsklöschung, schick. Äh, genau, muss ich auch noch was sagen. Wow. Äh, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir scheinbar noch drei Monado-Techniken übrig, die wir lernen können. Und wie ihr mir so nett in den Kommentaren geschrieben habt, kann ich zwei davon per Side-Quest erlernen. Ja, da hat man gedacht, hey, dass es per Side-Quest geht. Ja, und deswegen, ähm, ich weiß mittlerweile, bei welcher Mission ich die etwa freischalten kann, oder es gehen sollte. Und zwar, die hier raus sind, sprich mit der Hauptsache ein bisschen wieder mal ein bisschen Pause haben. Dann holen wir unsere zwei Techniken, weil eine davon soll die sogenannte Monado-Rüstung sein. Und ich hoffe natürlich auf, äh, gute Defense-Werte, nicht wahr? Äh, was machst du jetzt, äh, greif dich vermutlich an, was? Side-Schwung, Side-Schwung. Genau. Weil ihr seht ja, normalerweise mein Schild, den ich habe, der wirkt nur gegen Spezialangriffe. Und Monado-Rüstung soll dagegen physische Angriffe und physische Verteidigung gut sein. Scheinbar. Ob es wirklich so ist, sehen wir dann. Soll auf alle Fälle aber eine sehr gute, nützliche Technik sein, äh, was machst du jetzt? Ja komm, komm komm, Erzeug-Blutung ist immer gut. Zack. Oh, er hat mich an. Scheisse. Wow, 4000 Schaden ist klar. Habt ihr das gesehen? Ich hab 4000 Schaden gemacht. Übel. Wird aufgeladen. Amelia und dann, wenn ich heile mich, ja. Oder, was soll es Amelia tun? Di, di, di. Nein, das lasse ich euch dann. Fünf, da wird jetzt das Schild perfekt reichen. Kann ich gerade. Komm schon. Ja, Talman-Warn ist natürlich toll. Lässt schwanken, okay, mach's mal. Vielleicht klappt's ja. Zack. Komm schon mal nach. Oh, Hilfe, jetzt kommt er. Wo bist du, wo bist du? Shit, schnell. So, Kumpel, der nächste Leuchten kannst du vergessen. Ein Schaden macht die Attacke noch. Es lebe. Demonado. Ski-Heal. Ich wünsche nur, ups. Was wurde fehl? Entschuldigung. Ich wünsche nur. Ich werde ein bisschen mehr Schaden. Ja. Ein bisschen mehr Schaden machen. Lösergeschosse. Ups. Was ist die Defense? Zack. Bums. Geh baden. Geil. Und der Schild wirkt immer noch. Wupp. Was haben wir jetzt sehr schönes? Robuste Platine. Alkionenschuhe. Maschinenmanager. Äh, was? Machinager. Machinager. Ist auch noch schlecht. Machinana. Aha. Machinana. Geil, da kann ich es lesen. Und Maschinengewehr 2. Okay, geil. Ja, toll. Was mache ich jetzt hier? Ich könnte etwas aktivieren. Waffenproduktion. Scheint Waffen zu produzieren. Ja, ist der schön. Äh. Ja, okay. Hm. Die war scheinbar noch nicht. Okay. Mal gucken, Kukiba. Was überhaupt hinführen. Eine Wasserätherstatue. Zuck. Genau die ganzen Ätherkristalle und so neue Schmini. Muss ich auch noch machen. Oh je, oh je. Okay, also das Spiel hat noch einiges vor sich. Äh, ist so ähnlich wie Anu 14.05 Venedig. Vom Let's Play her, ähm. Wiebald es noch etwa lange Daumes aussieht. Hm. Das ist eine älte Seite mir. Schwarzes Tü... 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 Rohl. Egal, Karte gucken. Wir sind eben noch in der Zentralfabrik, wo man genau im Erdgeschoss sitzt. Moment mal. Wieso Erdgeschoss? Hä? Achso, ja, ich bin ja vorher, genau. Ich bin ja vor einem Stockwerk höher gekommen. Hier der Kampf oder gegen Jardegesicht, bin ich nachher hier runter gekommen. Alter, nee, nicht schon wieder, hei. Uuuaah. Muss wieder... Ja. Muss sagen, es heisst sich ein bisschen, wenn man hier wieder so eine riesige Strecken alles hat. Aber scheinbar... Muss es ja so klappen. Wobei man sich fragt, äh... Wo ist die Ziedelflacke? Hallo? Wo ist er dorthin? Habe ich ein 4 OG etwas? Nö, ist ja auch nichts. 3 OG sehe ich jetzt auch nicht viel, außerhalb viel... zum ETA bauen. Wie sieht es hier aus? Oder ein paar Eingänge, Ausgänge, wie auch immer. Äh, hier auch nichts. Ja, äh... Wo geht es lang? Ja, sehe ich auch, dass es hier hin muss, aber das ist ja... Hä? Egal. Gehen wir mal. Ups. Das ist der falsche Weg. Hier entlang muss ich echt zu... Hm... Kein reintriges Ziel scheint nicht zu existieren. Was ist jetzt los? Wartungsflügelflucht. Der Weg zum Wartungsflügel zum Aufzug ist durch eine elektrische Barriere blockiert. Das sehe ich auch. Schalt die Barriere ab, um zum Aufzug zu gelangen, wenn in die Kraft fällt Schalltafel, um die elektrische Barriere aus abzuschalten. Kraft fällt Schalltafel. Was sind das für Worte? Ähm... Was? Die dort? Wollte schon sagen, ein bisschen so einfach gewesen, wa? Offensivbrief! Ja, toll. So ein Brief verkehrt oder was. Hier kommt die Luftpost! Haha! Nette Schwede! Hörer Sprache, man! Hörer Sprache, man! Hörer Sprache, man! Hörer Sprache, man! Hörer Sprache! 5! Ist egal! Tschüssi, Krofski! Ja, und kein Level Up, ja. Hat mich auch sehr gewundert, war aber immer in Level 61? Das ist schon mal ein sehr gutes Level, würde ich behaupten. Hallo, was zum... Link, Link sag ich schon! Nicht Link, Schulk! Mensch! wenn der Spieler ein bisschen verkehrt herum war. So. So, jetzt kann er noch was aufmachen. Ups. Das sind Exorts. Oder? Ist egal. Hat das gerade den Sinn, dass ich da gerade drei Exorts aufgedeckt habe? Oder war das einfach just for fun? Du hast die elektrische Barriere im Wartungsflügel abgeschaltet. Ja, erzählen wir was Neues. Oh. Okay. Ja, ist gut. Ich sehe es. Scheisse. Ja, was weiß ich. Soll ich da einsteigen? Oder wie? Hm, können wir versuchen. Kann man runter? Nö. Hä, hab ich das echt gesagt? Moment mal, ganz kurz mal. Kann man schon einen Zoom-Effekt? Geht natürlich nicht. Doch, das sind Exorts. Oh oh. Sagen wir bitte nicht, dass wir mich noch irgendwie... Weißt du was? Hä? So, machen wir da zu. Hä? Ja klar, aufmachen kann ich aber zu machen. Nicht mehr. Was ist das für ein Schaltprinzip? Der Grund. Ja, gehen wir doch auf Grund, ey. Du gehst gleich auf Grund und Eis. Ich könnte auch mal langsam mal das Team wechseln. Wein. Ja, Dunben ist schon cool. Ich komme ab und zu wieder mal Wein ins Team zu nehmen. Ja, ja. Ach, nicht gerade erst. Aber den guten alten... Ach, wieso jetzt schon wieder? Äh, äh. Den kleinen da. Versteht schon. Den ganz kleinen. Ups. Auf den nächsten komm schon. Ah, verdammt. Ich weiss den Namen nicht, wie es geht. Moment mal. Wir haben Schulk, Dunben, Wein, Melia, Schala, Schala, Wiki! Jetzt aber so wieder. Mein Kind. Hey, Wiki! Hey, hey, Wiki! Hey, Wiki, hey! Ja, dank Wiki merke ich mir etwas so. Äh, ja, voll nicht schlecht. Und tschüss. So, der Nächste bitte. Not bad at all. Not bad at all. Schuld gesagt, not bad. Und Dunben not bad. At all? Okay. Wird schon ein Grund geben, wieso er das macht. Einmal vorbei. Höhöhöh, ich habe Angst. Scheisse. Mensch, den Dunben muss keine Angst haben vor den biestigen Biistern. Okay. Okay. Die will den Kerl erlassen grüssen. Warte, da kriegt den Film, oder? Den biestigen Biistern. Weiss auch mehr. Den Film war einmal gesehen, ey. Höhöh, Hilfe! Alter! Hängen wir voll auf den Rand hinaus. Umgeworfen. Tschüssikowski! So, wollt du den biestigen Biistern? Ihr könnt doch nichts sagen. Und BOOM! Und Tschüssikowski! Vorbei, vorbei, du triffst mich eh niemals. Haha! Der Nächste und der Letzte, wenn man wirklich darf. It's over! Ups. Naja, fast. So, alles Gefahr, alles ist ein Kiko Bellut. Pff, was haben wir hier Schönes drin? Wir haben eine Schatztruhe. Das habe ich auch gesehen. Äh, ja, was hat jetzt hier Schönes? Cool. Ja, und jetzt? Achso, jetzt kann man hier einen Schlagweg höher, wa? Okay, habe ich hier hinten noch etwas? Das sieht so geheimnisvoll aus. Ist das ein gutes Item? Öh! Das ist jetzt zweite Engelsmotor X, den wir benötigen. Ringen wir die Beinteilzung der Kolin 6. Kolin 6! Ah, vielleicht für den Wiederaufbau bezüglich der tragbaren Äther. Öh, Ofen. Genau, das war der Ofen. Ofen, 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 Ofen. So, ähm, da war ich ja bereits. Jetzt gibt es hier noch etwas. Rinnersaufen. Ist das alles vielleicht geheimnisvoll aus? Hm? Wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Bin mal gespannt euch. Oh, viele Gegner. Öh! Beseitigte Verstärkung! Spontanmission! Ein Mechantrupp im Nachschublager. Beseitigen Anführungszeichen. So ihre Angriffskraft bis irgendeinen schönen Waggul. Im schönen Waggul vor allem. Ja, mal gucken, was hat der für Labeling? Das war ja toll. Schönen wir mal Gulu. Okay, mach ich jetzt mal. Äh, wait mal. Bin ich total bescheuert. Ich weiss, wie es geht. Hallo? Äh, der da ja. Den Zwerg mach ich jetzt mal platt. Tritt er mich überhaupt so oft? Ganz kurz Einspruch erheben. Jupp. Ja, Medianschuld mögen sich. Geil. Wow. Das war vorbei. So, der Nächste bitte. Äh, Schnittertage auf Dunban. Oh, das wird wehtun. Hehehe. Okay, wenn es abhauen muss, dann wissen wir es ja direkt mal. Öh, vorbei. Dann bin ich vielleicht sogar. Ja, bringt nix. Warum nicht jetzt Dunban irgendwie schneller mach? Alter, ist eh nix mehr. Schnittattacke. Oh, oh. Komm schon, noch platt machen. Das muss noch drin liegen. Dunban stärken, Dunban stärken. Damit er mich zurück holt. Zumindest mal ein Plan. Geht der Plan noch auf. Der Plan sieht irgendwie scheisse aus, wa? Ach, Dunban, ey. Ja, ja. Merkt schon, Leute. Verlass dich nie auf Ander, ey. Sonst bist du verlassen. Das gibt's doch nicht. Mensch. Okay, wir sind sowieso gleich wieder hier. Von dem ist nicht viel passiert, aber trotzdem, ey. Mensch. Und das Kind. Und... Da kommst du noch in diesem Part. Ja, das schaffe ich noch. Ich weiss der Stand aus dem Level 60. Ich muss zuerst den besiegen, aber man kennt es doch, wenn ich zuerst... Oh, im Halle. Das geht es sogar, wenn ich das mache. Okay, wieder mal das Stream Team zurückholen. Ganz einfach, wenn ich zuerst ein Anführer besiegen will. Er braucht eine gute Defense. Braucht jemand, der mich ständig heilt. Sprich, dass alles als bekannte Allround Team brauche ich dafür. Gut. Jetzt erstmal gucken. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Jetzt mal einen schönen Wagul-Platt machen. Und hoffen, dass das funktioniert, damit die restlichen Truppen an Angriffspower verlieren. Und das wäre dann schon, äh, von Vorteil. Ja, ich gebe noch Weinlos. Okay. Ich habe eine schöne Zeit. Um mich ein bisschen vorzubereiten. Oh, äther Station. Auch nicht schlecht. Nein, 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 ganz schnell. Oh, macht. So, ganz geil. Oh, ich habe nichts... Ah, verdammt. Und kurz Ohmacht. Ohmacht, Ohmacht, Ohmacht. Mach doch mal die Oma. Wow, 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 Hilfe. Mann, ey, das bringt so nichts. Ich muss die Power höhen. One ist tot. Ach du Scheisse. One, komm zurück, Mann. Ich brauche dich als Defense-Blocker. Shala, hide ihn. Shala. Verdammt nochmal. Heile ihn doch Menschen. Ah, das gibt es nicht, ey. Ja, dann werden wir drei oder vier Heilungsattacken. Das kann nicht sein. Energie ist ja auch noch ganz toll. Wenn man den Shield aktivieren kann, kann eigentlich, uah, theoretisch nicht schaden. Hilfe. So, die helfen wir jetzt unten. Ich brauche mehr Zeit, Leute. Ich muss mehr Zeit verschaffen. Ja, vorbei, vorbei. Natürlich immer cool. Wow, wenn er getroffen wäre, ist nicht so cool. Nein, aah, verdammt. One, 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 zurück. One. Dankeschön. So, Shield. Wunderbar. Das gibt's nicht. Heile sind trotzdem zu viel. Okay, ich würde trotzdem erstmal zwei, bevor er platt macht, weil sonst... Verdammt nochmal. Das gibt's nicht. Oh, nein, verdammt. Ich habe... Oh, haben wir jetzt nicht getroffen? Na, gleich war die ganze Zeit aus... Oh, ein Angriff tot. Das gibt's doch nicht. Ja, man sieht schon, es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Mit einer totalen Katastrophe. Mensch, wie können solche... ...harten Brocken sein? Na, egal. Freunde, erstmal versuchen wir's wieder. Ich will's irgendwie noch schaffen. Mit dem gleichen Team nochmal, kein Problem. Und das machen wir so als erst mal zwei, drei schwächere Platt machen und abhauen. Dann gehen wir rüber, dann kann man zurückkehren. Und am Schluss ein schönes, was cool Platt machen, wa? Denk mal, wird vermutlich besser funktionieren, als das, was ich gerade momentan fabrizieren. Hehe, egal. Bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles. Tschau zäme!